So, die riesige Bayern-Fahne wird noch hochgefahren und jetzt ein Bild, das man so wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Beide Mannschaften lassen sich fotografieren für einen guten und für einen wichtigen Zweck, wie so oft. Eine Aufklärungskampagne der Münchner Polizei. Egal wer gewinnt, ist das Motto, nur nicht die Drogen. Ja, und diese Poster, die es dann geben wird, die wird man in Münchner Schulen zum Thema Suchtprävention an Jugendliche ausgeben. Also eine sehr gute Sache. Die beiden Kapitäne, Manni Schwabel links und Lothar Matthäus, die beide oftmals Seite an Seite nicht nur beim FC Bayern gespielt haben, sondern auch in der Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Beste Stimmung auch bei den Unparteiischen. Jürgen Janssen. Einer der wohl mit am besten bewerteten Schiedsrichter in der Vorrunde. Ein hoffnungsvoller neuer Mann, der bei diesem Spiel, Sie haben es gerade gesehen, Rostock in St. Pauli, als die Rauchbombe fiel, kühlen Kopf bewahrt hat. Und das ist sehr gut angekommen bei den Verantwortlichen als Auszeichnung heute für ihn, dieses Lokalderby. Er sagt, das ist sein Highlight in seiner noch jungen Schiedsrichterkarriere. Und er hat viele Highlights gehabt. Otto Rehagel, der in den letzten Jahren wohl erfolgreichste Trainer in Deutschland. Aber es ist ein hartes Stück Brot hier in München auf der Bayernbank für ihn. Noch ein Satz zum Rasen. Es hat gestern heftig geschneit, aber wie wir alle wissen, die Rasenheizung hat ihr Übriges getan. Und hat den Schnee heute Morgen weggeräumt, gewalzt und der Boden ist für diese Verhältnisse exzellent. Gar keine Frage, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Gerade der Schiedsrichter hat es auch gesagt, er pfiff am letzten Wochenende in Kaiserslautern, das Spiel gegen St. Pauli. Also er sagt, auch das ist im Vergleich dazu hier in München ein Highlight. Hier ist Bernd Mayer, der Kipper der Löwen, 24 Jahre alt. Kleine Unachtsamkeit hier gleich in der Anfangsphase und erste Ecke mit Mehmet Scholl für Bayern München. Und das Ganze nochmal, diesmal von der linken Seite und auch von dort wird Scholl das Leder hereinbringen. Franz Beckenbauer übrigens ist noch nicht im Stadion, steckt noch im Stau, wie der ein oder andere vielleicht auch. Die Verhältnisse auf den Straßen nicht ganz ideal, da braucht man heute ein paar Minuten mehr. Die Löwen müssen wachsam sein bei Standardsituationen bei Eckbällen. Die Bayern schon dreimal erfolgreich, vor allen Dingen auch mit Helmer, der natürlich da ist. Und sowohl Winkler als auch Botten helfen da im eigenen Strafraum als kopfballstarke Spieler aus. Aber da sind die Löwen ein bisschen anfällig. Da ist Horst Held. Gut gemacht von Matthäus. Also Brejkovic gegen Klinsmann, das ist klar, das hat man im Vorfeld schon gehört. Und Greilich eben als laufstarker, schneller Mann gegen Alexander Zickler. Und ein erster Freistoß für die Bayern, die also zunächst einmal die Initiative übernommen haben. Aber wir haben bei Held vorher schon gesehen, die Löwen wollen sich hier natürlich überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, sie wollen kreativ nach vorne spielen. Hier ist Peter Nowak, daneben Held. Zwei aus dem, ja man kann schon fast sagen, Zwergenmittelfeld der Löwen. Das sind ja alles kleine, bissige Spieler mit großem Herzen und viel Technik. Alle kaum größer als 1,70. Schwabel, Held und Nowak. Auf Abseits gestellt hier. Und auf der ersten rechten Position zum ersten Mal Harald Czerny. Gleich ein böser Fehler gegen Scholl. Er ist natürlich auch nervös, der Harald Czerny, Schwabel. Sauber getackelt von Babbel gegen Winkler. Das ist eine Konstellation. Und die andere dann natürlich Helmer gegen Bodden. Wird sicher interessante Kopfballduelle auch geben. Wie man überhaupt davon ausgehen muss, dass es ein Spiel mit viel Kampf sein wird, mit Einsatz. Die Spieler werden sicher sehr lange Wege gehen müssen heute. Jeremis, der defensive Mann. Mit Schwabel zusammen im 60er Mittelfeld. Nowak löst gut auf. Da kommt Trares immer wieder von der halblinken Position. Der Libero hat Order mit zu gehen, wie in den letzten Spielen auch. Bodden. Und hinten dann natürlich die Situation oft eins gegen eins. Abseits. Abseits. Ein Abwehrspieler und noch einer mit frei und kreuzer. Ein Mittelfeldspieler mit Herzog und ein Stürmer mit Kostadinow. Das sind neben dem Ersatz-Torhüter Scheuer die fünf Mann, die Otto Rehagel für die Ersatzbank nominiert hat. Da hat er also für jede Lage etwas zur Verfügung. Und jetzt ist Klinsmann da. Und wir haben das erste Mal. Und er ist drin. Erste Chance. Erstes Tor. Treffer Nummer 8 für den Nationalspieler Jürgen Klinsmann nach 6 Minuten und 25 Sekunden. Ein super Start für den deutschen Rekordmeister. Beim Abspiel kein Abseits. Und der Ball war für Bernd Mayer wohl nicht zu halten. Der Pass vom Linksfüßer von Christian Erlinger. Ideal gespielt. So will das Jürgen Klinsmann. So will er, dass man ihn bedient, dass man seine Torgefährlichkeit fördert. Und das ist natürlich einerseits für die Roten ein Traumstart und ein Schock auf der anderen Seite für die Löwen. Und das ist natürlich ein Schock auf der anderen Seite für die Löwen. Ja, gut gespielt von nicht nur Ziege, sondern auch Sforza, der geholfen hat. Und eine Überzahlsituation da auf der linken Seite hergestellt hat gegen Czerny. Ja, jetzt werden wir sehen, ob die 60er wie in Stubgart auch nach dem frühen Rückstand weiterhin ihre Strategie verfolgen, offensiv spielen. Und ob sie den Bayern ins Messer laufen. 2-0. Sensationeller Start des deutschen Rekordmeisters. Tor Nummer 7 für Alexander Zickler. Innerhalb von drei Minuten schon die Vorentscheidung. Puh, ist das ein Start hier in München. Gewaltig. Völlig konsterniert der Keeper, der kaum etwas zu tun bekommen hat. Beide Bälle, die aufs Tor kamen, waren drin. Und jetzt werden viele sagen, mein Gott, warum hat Lorand und vielleicht auch sein Präsident wird diese Überlegungen haben. Warum hat der Trainer den Abwehrverbund verändert? Warum ist Hamann nicht zurückgekommen, der bestens in Form war? Greilich, Brejkovic, Trares, nicht konzentriert genug. Vielleicht auch gedanklich etwas zu offensiv eingestellt. Ganz nach dem Geschmack der Roten. Unglaubliche Lücken auf der linken Seite. Trares kann sich nur mit einem Foul gegen Nerlinger hier durchsetzen. Für die Bayern läuft Oliver Kreuzer hinter der Bank ein paar Runden. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht hat irgendjemand signalisiert, da zwickt es hoch. Aber sonst läuft für die Bayern alles bestens. Sie haben die Chance zu einem dritten Tor. Ideal für einen gut angesetzten Freistoß, die Distanz. Matthäus ist dabei, aber auch Ziege. Und Helmer als Linksfuß. Aber Ziege macht es. Werner Lorand diskutiert mit seinem Assistenten, mit Roland Kneißel. Aber was soll er jetzt noch machen? Mehr denn je muss weiter nach vorne gespielt werden. Es hat gar keinen Sinn, jetzt zu sagen, sichern wir ein bisschen mehr ab nach hinten. Die Mannschaft muss konzentrierter spielen. Und muss die ganz kleine Chance, die vielleicht noch da ist, nutzen. Mit kreativem Spiel nach vorne, mit viel Laufarbeit, mit Einsatz. Aber das hatte man sowieso vor, hier mit einzubringen in dieses 20. Bundesliga-Derby zwischen Bayern und 60. Schauen Sie sich nochmal das Tor an. Der Schiedsrichter hatte Blickkontakt mit seinem Linienrichter. Die Fahnen blieben unten. Alles sauber gemacht. Zweimal aus dem Zentrum heraus. Die Tore vorbereitet, nicht von den Flanken her. Ah, der schnelle Zickler. Greilich war nicht zu sehen. Greilich, der ja der schnellste Löwe ist mit der Nummer 15. Er sollte diesen Zickler bändigen, wenn der mit Tempo kommt. Aber er hatte überhaupt keine Chance, überhaupt einmal in einen Zweikampf mit dem Juniornationalspieler zu kommen. Tja, wenn man sich so umschaut im weiten Runde noch ein bisschen rein. Hört, ein paar Bayern-Fans natürlich jetzt schon Freude trunken. Franz Beckenbauer ist gerade gekommen. Schaut auch ganz verwirrt nach rechts und nach links. Kann es gar nicht begreifen. Man hatte mit viel gerechnet, aber nicht mit zwei Toren der Bayern so früh. Die ersten beiden Torschüsse auf Mayer waren beide schon im Netz. Gibt es selten. Tscherni gegen Ziege. Lorand wollte den Österreicher gegen den Nationalspieler auf der rechten Seite setzen, weil er sagt, er kennt den Ziege. Der Ziege hat uns in den letzten Lokalderbys so viele Probleme gemacht. Und Tscherni ist im Vergleich zu Rüttlerwitz vielleicht auch in der Defensive etwas stärker. Aber sehr nervös begonnen der Österreicher. Schwabel, Helmer, Hellwach, genauso wie Babbel auf der anderen Seite. Bodden und Winkler haben noch nicht einen richtig verwertbaren Ball bekommen. Foul. Oh, von hier sah es so aus, aber der Schiedsrichter winkt sofort weiter. Also da hat er in der Schwabel wohl nicht getroffen, aber zwischen Bodden und Zwischenziege, da kracht es jetzt doch ganz gehörig. Ziege hat sich gleich verdrückt. Bodden muss aufpassen. Er ist bei 60, der Einzige, der gefährdet ist mit vier Gelben. Einmal trifft es ihn sowieso. Na ja, die beiden haben schon einen guten Haarwuchs, beide. Da kann man sich schon mal verfangen. Thomas Strunz hält wie gewohnt die rechte Seite. Mit großer Übersetzung ausgestattet. Na ja, hat man sich beim Gegner gedacht. Dann nehmen wir den Held dagegen. Mit kurzen, schnellen Haken kann er sich vielleicht durchsetzen. Aber beim Spielstand von 0 zu 2 aus Sicht der Löwen, denkt man jetzt auch nicht an die kurzen Haken. Da will man erst einmal wieder, ja, sich normal bewegen können. Versuchen mal eine Chance zu bekommen in diesem Spiel. Abseits angezeigt. Ja, wunderbar zu sehen. Im Moment der Ballabgabe. Dr. Thiemer, der Zahnarzt aus Wattenscheid, an der Linie. Könnte auch Augenarzt sein. Hat alles im Griff. Sforza. Novak. Gewinnt seinen ersten Zweikampf im Mittelfeld. Heute Geburtstag. 26 Jahre alt. Jeremis. Abstoß. Werner Loran, der steht auf diesen Jens Jeremis. Er sagt, er spielt, wie ich früher gespielt habe. Einsatzfreudig. Kämpferisch. Dem ist kein Weg zu weit. Auf den ist hundertprozentiger Verlass. Heute gegen Scholl im Mittelfeld. Er kann sich von den Lippen ablesen, dem Thomas Helmer. War doch faul. So, Oliver Kreuzer, das sehen Sie vielleicht unten, hat sich gerade wieder seinen Anorak übergezogen. Und nimmt wieder Platz auf der Bank. Für Ottorie Hagel gibt es im Moment überhaupt keinen Grund, etwas zu verändern. Bei Werner Loran wird im Kopf einiges im Moment vor sich gehen. Er wird sich überlegen, was kann ich machen? Wie kann ich ein neues Signal setzen? Vielleicht mit einer frühen Auswechslung. Er muss vielleicht wechseln, sonst gibt es hier ein Debakel. Alexander Zickler nach einem katastrophalen Fehler. Die Löwenabwehr so schwach, so anfällig wie nie zuvor in dieser Saison. Nach 20 Minuten ist schon alles vorbei hier in München für die Löwen. Holger Greilich. Sein erster Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Da ist Horst Held. Und jetzt kommt das Missverständnis mit Bernhard Trares. Und ein super Tor, technisch wunderbar gemacht von Alexander Zickler. Erste gelbe Karte, Schwabel. Nach diesem Einsatz gegen Scholl. Noch einmal diese fatale Szene der Löwen mit Held und mit Trares. Und Zickler, schauen Sie mal, wie er das macht. Ähnlich wie Scholl in Uerdingen. Er wartet, er wartet ganz lang und lupft den Ball dann sauber ins Netz. Das verlangt Otto Rehagel neben dem kämpferischen Einsatz. Und jetzt auch die kleinen Schwankerl für die Fans. 3-0 für Bayern. Und jetzt auch die Was mir auffällt, die Bayern-Spitzen mit Klinsmann, mit Ziegler, nicht umsonst, haben die auch die Tore geschossen, sind unheimlich quirlig heute, gehen schnell vom Gegenspieler weg, bieten sich an und sorgen dadurch für immense Unruhe bei Bernhard Trares und Co. hinten im Abwehrverbund. Also das ist gar nicht zu begreifen im Moment, was da abläuft, dass sich die Löwen dermaßen kalt hier haben erwischen lassen. Selten, dass die Bayern so gemächlich den Ball spielen im Mittelfeld, sie haben sehr schnell das Mittelfeld überbrückt heute aus der Abwehr heraus, sehenswert. Strunz ist da, Strunz, und hinten wieder Ziegler. Tja, die Löwen sind viel zu weit vom Mann weg, das ist ja genau das, was man den Bayern überhaupt nicht gestatten darf. Diese Bälle in den Lauf hinein, wie wir es gesehen haben, bei Klinsmann, bei Ziegler, jetzt auch bei Strunz. Max Merkel, der Meistertrainer von 1966. Was war das für Derbis damals mit den Alten und auch mit den Jungen damals, die Bayern, mit Beckenbauer, mit Naftziger, mit Brenninger und mit Müller. Tja, alles offensive Leute, von Rüttlewitz über Borimirov bis zu Dove und Hamann. Werner Loren hat gesagt, ich mache es heute über die offensive Schiene, das ist sowas von schiefgegangen. Vielleicht kann man den Max Merkel gerade nochmal, weil das passt ganz gut, zitieren. Er hat gesagt im Vorfeld dieses Derbys, wenn die Löwen glauben, sie können mit den Bayern mitspielen, kriegen sie einer auf die Nuss. Und so war es auch. Die haben gedacht, na, die Bayern, die werden nicht ganz so zweikampfstark sein, wie man das vielleicht den irdigen gesehen hat. Wir sind spielerisch plötzlich viel, viel besser geworden. Da können wir locker aus der Abwehr heraus kombinieren. Brejkovic. Und immer zwei Mann beim ballführenden Löwenspieler. Und wieder die fell UCLA, das war überhaupt noch nicht so groß. Bein kurzis, bein kurzis. Bein kurzis... Bein kurzis, immer andere magnetic выглядит. Bein kurzis. Sforza, der heute so kämpferisch eingestellt ist, der aushilft. Und Helmer ganz frei auf der linken Seite. Kein Czerny zu sehen, kein Trares zu sehen, kein Brejkovic, gar niemand. Also das ist auch eine schlimme Situation für einen Torhüter. Der hat mehr als fünf oder sechs Bälle nicht bekommen in diesen ersten knapp 30 Minuten. Und ich glaube, der muss immer wieder mal auf die große Tafel raufschauen, um zu begreifen, was eigentlich los ist. Wie ein böser Traum heute für Bernd Mayer. Sie können sich selber ihren Reim auf dieses Ergebnis machen, meine Damen und Herren. Wenn man die Tabelle studiert, dann wäre das ein ganz interessanter Zwischenstand im Moment. Dann wären die Bayern jetzt vorne. Otto Rehagel weiß das natürlich nicht, aber wir haben nachgeschaut. Wann haben die Bayern in einer ersten Halbzeit schon mal vier Tore erzielt? Ja, da muss man blättern. Das war vor zwei Jahren im Meisterjahr gegen den MSV Duisburg. Damals blieb es beim 4 zu 0, aber ich könnte mir vorstellen, in diesem Lokalderby sind die Bayern natürlich, ja, ehrgeizig genug zu sagen, da wollen wir noch mehr, dann haben wir ewig Ruhe. Was hat Ottmar Hitzfeld am vergangenen Sonntag in Oerdingen als Kurkommentator gesagt? So, um die 80. Minute herum, als die Oerdinger 1 zu 6 gegen die Bayern zurücklagen. Furchtbar für einen Spieler, ein solches Spiel noch zu Ende bringen zu müssen. Mit Anstand. Wie schrecklich muss das heute für die Löwen sein? Noch mehr als eine Halbzeit. Eine böse Blamage. Dabei hatte man sich so viel vorgenommen. Nach drei Niederlagen gegen die Bayern, nach dem Wiederaufstieg, dachten sie eigentlich, heute müsste es eigentlich mal klappen können. Winkler hält. Und Lothar Matthäus, der eine Menge Derbys natürlich bestritten hat, nicht nur hier in München, sondern auch im San Siro-Stadion mit Inter Mailand gegen Milan. Genauso wie Klinsmann. Die sind natürlich Derby erprobt. Und die kennen diese ganz prickelnde Atmosphäre eines solchen Spiels ganz genau. Ja, und der Schiedsrichter animiert den Bayern-Kapitän, den Fans zu sagen, ruhig Blut. Keine Gegenstände auf das Feld. Keine Schneebälle, keine Wurfgeschosser. Ja, gut geköpft von Bodden. Da hat man gesehen, dass er mit der Kopfballstärkste Spieler der Liga ist. Und Klinsmann. Sforza auf der Linie, gerade eben gegen Bodden. Und da kann ich nur den Hut heben vor Sforza, der heute Geburtstag hat. Der ist kämpferisch so stark. Der macht genau das, was Rihagel von ihm will. Er ordnet sich unter. Er geht die weiten Wege, er kämpft, er arbeitet für die anderen mit. Ein aufgeräumter Uli Hoeneß. So schnell kann es gehen, liebe Fußballfreunde. Vor zwei Wochen 1 zu 4 gegen Karlsruhe. Da dachte man, um Gottes Willen, alles ist aus. Diese Mannschaft kann überhaupt nicht mehr deutscher Meister werden. Und im Moment, im Quervergleich zu Dortmund, sind die Bayern wieder vorn. Spielen so, wie man sich das von Beginn an erwartet hat. Eine Begegnung weniger als Dortmund, das ist klar. Aber so will man sie sehen. Den Gegner einschüchtern, zweikampfstark. Und mit solchen Toren sich wieder ins Gespräch bringen. Ja, Dortmund hat ein Spiel weniger als die Bayern. Man muss das immer relativ sehen. Aber wie gesagt, wir wollen da nicht zu viel spekulieren. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, wie schnell es im Fußball, wie schnell es im Sport gehen kann. Jetzt ist Bodden da. Und er macht das Tor. Treffer Nummer 7. Er sagt, ich bin kaum schwächer als Klinsmann. Also er hat das Sachinige dazu getan. Aber der Klinsy hat auch zweimal getroffen. Und steht bei 9 Treffern. Schauen wir uns diesen Blackout der Bayern-Abwehr noch mal an. Und da haben sie allesamt diese Flanke unterschätzt. Und Bodden nach wie vor stark am Boden. Letztes Jahr hat er fast nur Kopfballtore erzielt. Diesmal schießt er alle Treffer mit dem Fuß. 4 zu 1. Fünf Tore, 34 Minuten gespielt. Die Flanke kam von Held. Die Flanke kam von Held. Die Flanke kam von Held. Schützrichter hat Held den Vorteil gelassen hier nach dieser Attacke von Thomas Strunz. Der Riccler. Went imitation ab. Let's cut her back. wieder hält ein bisschen das gefühl dass die löwen jetzt freier etwas freier sind ein paar bessere ballstafetten das tor hat ein bisschen dazu beigetragen dass man wieder nach vorne schauen kann vielleicht kann man hier für eine gewisse schadensbegrenzung ja noch etwas tun denn einen moment lang sah es so aus als würden die 60er hier völlig untergehen wieder botten gewinnt fast jedes kopfballduell aber der ellbogen war dabei nicht mehr rinnen nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr Jeremis, Nowak, und wieder Lothar Matthäus, einer ist immer dran am Polen, entweder Nährlinger oder Sforza oder Matthäus, Peter Nowak bisher natürlich überhaupt nicht im Spiel. Hatte überhaupt keine Chance, die Mannschaft zu führen heute. Es ging alles viel zu schnell. Trares, weiß auch nicht, was er machen soll, lieber hinten jetzt ein bisschen absichern oder weiter marschieren. Jens Dove und Matthias Hamann, während wir hier Winkler und Lothar Matthäus, die beiden Franken, im vertrauten Gespräch erleben. Ja, also Jens Dove und Matthias Hamann machen sich seit etwa fünf Minuten schon warm. Die werden wahrscheinlich zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen. Brejkovic letzter Mann im Moment und immer noch mit beiden Augen fixiert auf Klinsmann. Eine 1 zu 1 Situation hinten eben mit Brejkovic und Greilich gegen Zickler und Klinsmann. Wenn Trares geht und er geht weiter, auch jetzt sechs Minuten vor der Halbzeit. Bappel und Bodden im Zweikampf, im Luftkampf. Kampf an der Strafraumgrenze. Aber der Schiedsrichter, ohne Fehler bisher, lässt das Ganze weiterlaufen. Beste Szene mit Harald Czerny, Doppelpass zuvor mit Manni Schwabel. Der Österreicher, der, wie viele wissen, bei Bayern begonnen hat, bei den Amateuren, bei Hermann Gerland und auch ein paar gute Spiele in der Profimannschaft gemacht hat. Schnell, Einsatzstark. Er soll René Riedlewitz in der nächsten Saison auf der rechten Seite ersetzen. Der Berliner muss zurück nach Leverkusen, ist nur ausgeliehen. Erich Ribeck möchte ihn für Bayer wieder in der Mannschaft haben. Erich Ribeck möchte ihn für Bayer wieder in der Nähe von Bern. Peter Nowak Oliver Kahn Gott ist immer wieder dabei der ist giftig und jetzt gibt es für Oliver Kahn er begreift es gar nicht ich begreife es ehrlich gesagt auch nicht ich habe nichts gesehen von der Oben kann man es nicht sehen aber er muss nachgetreten haben etwas anderes gibt es gar nicht und jetzt gab es noch eine rote Karte wenn ich das mitbekommen habe wohl für Klinsmann oder für Bodden unüberschaubar die Situation aber der Schiedsrichter wird es besser wissen und jetzt versucht Kahn sich loszureißen von den Kollegen ein Bild wie ich es in Erinnerung habe bei Sepp Mayer bei einem Europacup-Spiel in Mailand als ihn Bulle Roth umarmt hat wie einen Catcher um ihn vor noch Schlimmeren zu bewahren Oliver Kahn kann es nicht begreifen muss den Platz verlassen was für ein Derby hier kommt es er hat ihn ein bisschen am Kopf erwischt reißt sich mehr oder weniger hier los aber rot vielleicht sieht man es hier besser zunächst naja der Bodden packt ein bisschen nach naja er wehrt sich seiner Haut einem Torhüter muss man auch ein bisschen was zugestehen mir scheint das von den Bildern her wenn ich das interpretieren muss doch etwas zu hart jetzt kommt Sven Scheuer aufs Feld Olaf Bodden muss auch runter ja Kahn entledigt sich all seiner Textilien kann es immer noch nicht begreifen was hier passiert ist drei Minuten vor der Halbzeit und jetzt sind alle Kamerateams und alle Journalisten die sich da einen Weg in den Innenraum verschafft haben bei Olaf Bodden um zu hören was überhaupt los ist also wir haben die Bilder gesehen von hier oben konnte ich das überhaupt nicht ja richtiggehend einsehen erst die Bilder haben dann ein bisschen Aufschluss gegeben aber ich muss sagen es ist ja auch ein Männersportfußball nicht also da muss man auch nach so einem Luftkampf sich schon mal losreißen dürfen eine Tätigkeit habe ich persönlich nicht erkannt hier scheint dass der Schiedsrichter in diesem Fall vielleicht ein bisschen zu hart war ja Matthäus ist in der Kabine klar ein Feldspieler muss ja runter weil ja Sven Scheuer aufs Feld kommt die Bayern also mit zehn Mann klar um Ihnen das noch nachzureichen weil ich den Libero nicht mehr sehen kann ich hatte das Gefühl dass er eh ein bisschen angeschlagen war dann hat man gesagt gut Lothar dann bleib du gleich draußen also liebe Zuschauer ein Derby das es wirklich in sich hat ein Blitzstart der Bayern die Löwenkalt erwischt eine erste Halbzeit wie ein böser Traum man kann durchaus sagen ein Albtraum in weiß und blau vier Schüsse auf das Tor alle vier waren drin zweimal Zickler zweimal Klinsmann dann normalisierte sich die Begegnung ein bisschen die Löwen konnten ein bisschen freier atmen ein bisschen kombinieren kamen zu einem Tor durch Olaf Bodden und dann kurz vor dem Ende dieser ersten Dreiviertelstunde die es wirklich in sich hatte zwei Platzverweise Oliver Kahn und Olaf Bodden und jetzt bin ich gespannt was uns in der zweiten Halbzeit alles noch bevorsteht in diesem 183. Derby zwischen Bayern und 60 kommen die Löwen noch mal ran oder versuchen die Bayern noch den einen oder anderen Treffer drauf zu setzen Jeremis Trares bleibt jetzt in der Schlussphase dieser ersten Halbzeit doch hinten um abzusichern und das ist das Ende dieser ersten aufregenden Dreiviertelstunde und wir wollen mal hören was es an Resonanz von den Spielern vielleicht auch vom Schiedsrichter gibt ich weiß nicht ob wir an den Schiedsrichter rankommen Babak Milani und Tom Bender sind heute unsere Field Reporter und die werden versuchen das eine oder andere für sie herauszukitzeln das eine oder andere fünf vier Ich habe es leider nicht gesehen, das muss ich mir erst mal in der Aufzeichnung anschauen. Was haben Sie Olaf Borden in der Kabine gesagt? Oh gut, muss ich hier nicht wiederholen. Und was haben Sie der Mannschaft gesagt? Glauben Sie, jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt erst recht? Wir sollen vernünftig weiterspielen. Ich mag keine Hektik am Platz. Habt ihr das Spiel schon abgeschrieben? Ja, selbstverständlich. Wenn man gegen Bayern München 4-1 zurückliegt, muss man es gut nach Hause spielen. Und wenn man, so wie wir, die erste Viertelstunde so katastrophal spielt und so früh den Rückstand geht, hat man keine Chance. Glauben Sie, die Umstellung der Abwehr hat die Mannschaft ein bisschen irritiert? Ja, das waren ja im Endeffekt persönliche Fehler. Und das war, wenn man natürlich, wir hatten uns ganz anders ausgerichtet. Sie sollten ganz enger Mann bleiben. Wenn die beiden Stimmen so viele Freiräume haben, wie bei den ersten beiden Turnen, ist man selber schuld. Braucht man sich nicht beschweren nachher. Also Schadensbegrenzung bei den Löwen? Na, Schadensbegrenzung nicht. Wir wollen nur vernünftigen Erfolg spielen. Entscheidend ist das nicht, es war keine Hektik am Platz. Gut, danke, Werner Lorand. Also neben Brejkovic fehlt jetzt auch in der zweiten Halbzeit Horst Held. Dafür Dove auf der linken Seite. Hamann für den Kroaten in der Abwehr, im Abwehrbereich. Und vorne, ja, ist der Winkler natürlich jetzt mehr oder minder auf sich allein gestellt. Da wird man ihm Hilfe gewähren müssen aus dem Mittelfeld heraus. Da wird man noch mehr laufen müssen. Aber die Bayern haben ja auch einen Mann weniger. Schwabel, der Capitano. Der kleinste mit 1,69. Gibt die Richtung an. Das ist immer enger geworden. Die Bayern sind aufgerückt. Und schon wieder die Chance. Meier gegen Zickler. Das werden wir vielleicht noch öfters sehen. Denn die Löwen müssen natürlich schon etwas für das Angriffsspiel tun. Das ist klar. Und die wollen auch, das merkt man. Und Zickler wartet nur darauf. Und der Klinsmann genauso. Jens Dove. Jens Dove. Mitglied der legendären Rostocker 91er-Mannschaft, die damals mit Uwe Rhein als Aufsteiger hier bei Bayern München 2 zu 1 gewann. Das hat ihn sehr beeindruckt damals, diese Kulisse hier. Und natürlich der Sieg. Und vielleicht denkt Jens Dove an dieses Erfolgserlebnis damals. Kapitän jetzt für die Bayern. Klar nach dem Verzicht von Lothar Matthäus. Thomas Helmer. Hamann bei Klinsmann. Greilich nach wie vor bei Zickler. Und Trares bindet den einen oder anderen Bayern-Spieler, versucht aber nach wie vor auch auf der linken Seite, sich wieder offensiv mit einzuschalten. Da ist er. Die Löwen versuchen Sicherheit zu bekommen mit solchen Ballstafetten, die nicht viel einbringen. Aber der Ball muss ja mal ein paar Stationen durchlaufen. Sonst bleibt ja alles Stückwerk, wie über weite Strecken der ersten halben Stunde. Helmer. Und jetzt kommt Schwabel. Kein Abseits. Winkler. 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 Matthias Hamann. stock sauer naja da kriegt er einen schlag in den rücken scholl zweimal der wird natürlich immer sagen ich wollte den ball treffen so wer ist da trares gegen frankfurt hat er zwei tore erzielt eins per freistoß oder reagiert gesagt aufpassen hat schon gegen bänder mit dem ksc nicht geklappt novak und ein toller schuss von peter novak das war sozusagen sein erstes zeichen in diesem derby der hätte wunderbar gepasst 53 minute erste sehenswerte szene in der zweiten halbzeit und was mir ein wenig auffällt ich weiß ihnen zu hause geht liebe zuschauer die bayern sehr verhalten klaus augenthaler meinte schon zur halbzeit wir lassen uns von den löwen ein bisschen einlullen das gefällt mir nicht sie sind nicht mehr so aggressiv soll aufstark so zweikampf stark wie zu beginn des spiels viele meinen wohl 4 1 da kann nichts mehr schief gehen sollte man meinen otto rehagel pfeift ein bisschen am spielfeldrand aber ich bin sicher dass kein spieler irgendetwas davon bemerken kann ein schrei ein sturz ein tisch von dover an scholl ganz interessant in der halbzeitpause kam der vater von oliver kahn hier zu uns hinauf zu kommentatoren position um zu fragen was denn zu sehen war im fernsehen aber eine chance hat davon zu kommen nun man kann sich trefflich streiten über diese szene aus der 43 minute wie gesagt die spontane entscheidung die ich da getroffen habe zu verstehen nach wie vor ich meine das war zu hart kann man sicherlich immer noch diskutieren ob es geben kann aber ich bin einfach der meinung die beiden roten waren nicht nötig aber sven scheuer und bei oliver kahn zu bleiben hat gerade eben gezeigt dass er ein hervorragender ersatzmann ist seit vielen jahren bei bayern münchen vom verletzungsbeck verfolgt hat nur 13 spiele für die bayern in der bundesliga gemacht aber er ist ein super torhüter man kann jetzt zeigen was er drauf hat lehrlinger immer bei novak hat sich das ganze sicherlich ein bisschen anstrengender vorgestellt für mich war es abseits ein man mit gewaltigem zug zum tor der doof ist ein starker mann viele meinen ohne ihn hätte man die klasse in der letzten saison vielleicht gar nicht erhalten können sehr tor gefährlich sehr schnell direkt an der strafraumgrenze hier die aktion mit thomas strunz die tonqualität ist so gut dass man mittlerweile sehr viel mitbekommen kann von der hektik im strafraum er bekommt die übertragung in eine neue qualität wie ich meine wieder doof man spielt jetzt viel über links da hätte man auch einen freistoß für die 60 ergeben können helme zwei platzverweise sogar drei im ersten derby nach dem aufstieg der 60er das war im august im september war es 94 3 1 für die bayern schwabel ging damals helmut krug sein kollege war damals der und parteiische der fifa schiedsrichter schwabel ging dann musste winkler vorzeitig vom platz und für die bayern mit gelb-rot christian der linke direkt mal kurz überlegen das alles zusammenkriegt das war auch ein ziemlich aufregendes derby wir haben tom bender mit olaf botten wir gehen gleich runter zum spielfeld an acht ja und wir haben die beiden kontrahenten noch mal hier mittlerweile friedlich vereint die haben kein großes problem miteinander oder von wir gucken uns die szenen noch mal an sagen sie was dazu ich habe da eigentlich von keiner seite irgendwie was gesehen war eine flanke und bin hingefallen die haben wir es noch mal ja oliver kommt raus hängen den ball halte ein bisschen fest hier haben wir die reaktion ein bisschen von oliver oliver wie sehen sie das die bilder sagen sagen alles im endeffekt war darüber war da überhaupt nichts ganz normale situation wie sie wie sie immer vorkommt da war keine tätlichkeit da war gar nichts und natürlich schon ein bisschen traurig wenn man so aus so einem aus so einem spiel gerissen wird klaus augenthal hat eben gesagt so was darf beim stande von 4 1 nicht passieren da darf man sich nicht so provozieren lassen wer hat sich provozieren lassen also sie sehen überhaupt kein verschulden ihrerseits in der szene ich weiß etwas bei dieser situation wo da irgendwo was vorlegen soll es ist ein zweikampf wie in der fußball bundesliga bei jedem spieltag vorkommen da ist keine tätlichkeit dabei da ist überhaupt nichts dabei was irgendwie was irgendwie eine rote karte nach sich ist zwar klar zu sehen dass sie das knie zumindest angezogen haben ja was heißt das knie angezogen haben ich meine der olaf botten stürzt auf mich drauf ich meine wie soll ich denn da stehen oder wie sehen sie das klarer freispruch sicherlich hatte ich sehe von beiden seiten überhaupt nichts und von daher kann ich gar nicht nachvollziehen warum der zwei rote karten gegeben hat das ist für mich eigentlich unverständlich gewesen es gab im spiel auch vorher schon mal eine situation wo sie sie mit ziege aneinander raten auch nicht die feine art gewesen die haarszene meine ich das weiß ich jetzt gar nicht weil das spiel überhaupt keine rolle ist noch mal die szene ist ausschlaggebend und da ist überhaupt nichts zu sehen oder worden oliver kahn vielen dank trotzdem so danke tom bender für diese ersten reaktionen der beiden beteiligten vielleicht haben wir eine kleine chance dann nach dem spiel auch noch mit dem und partei schon ins gespräch zu kommen wenn er denn was sagen will so eine gute stunde ist vorbei spielstand nach wie vor zwischen bayern münchen und dem tsv 1860 wie eingeblendet vier zu eins der höchste sieg für die bayern in einem derby in der bundesliga war der 6 zu 1 erfolg im mai 1980 heimrecht auch damals für die bayern doof ist frei klebt sozusagen draußen an der linie um den mitspielern einfach die möglichkeit zu geben ihn anzuspielen rechts harald cerny jeremis und winkler kommt vier zu zwei die löwen da kann man sagen sie sind wieder da tor nummer sieben für den franken in der 64 minute und sie sollten sehen was hier bei den 60er fans los ist zum ersten mal kann man die fahnen so richtig erkennen da ist wieder bewegung in der nordkurve pass von jeremis der sich durchsetzung babbel kommt zu spät gegen winkler er lässt ihm diese zwei meter raum die er nicht lassen darf denn der ist so kommt fast stark der winkler der macht das ding gegen scheuer und otto weiß was sache ist der weiß es ganz genau hatte schon gespürt nach einer halben stunde als es 4 zu 0 stand da haben sich seine mannen ein bisschen zu zufrieden gezeigt zu lässig zu locker das kann das kann doch schief gehen trares kommt trares kommt trares kommt trares kommt kurz die löwen haben zu viel platz da läuft gedanklich manchmal nicht alles zusammen wie bei trares in der ersten halbzeit jetzt barriere ist aber sie können kombinieren sie haben diesen raum den sie brauchen und den hatten sie in der ersten halbzeit eben nicht immer und das liegt einzig und allein an den bayern die nicht aggressiv genug geht spiel cerny ist da meyer kommt der schweizer klinsmann schwabel geht die meisten wege der kapitän das sieht man im fernsehen nicht so sehr aber ich habe ein auge auf ihn der kapitän mit bestem beispiel voran aber die szene vorher hat mir gut gefallen mit vorzeit hat man gesehen der junge hat köpfchen der hat sich riskiert er hat den besser platziert jetzt ist novak damit nährlinger im verbalen abtausch nach diesem fall von christian nährlinger hamann der muss ganz schön einstecken in dieser zweiten halbzeit die löwen haben sich zurückgehalten wie die statistik zeigt das spiel wird jetzt etwas der schiedsrichter weiß natürlich er muss jetzt aufpassen jetzt wird's grimmig möglicherweise da die löwen noch mal eine chance schlecht gespielt von trage ist der nicht wiederzuerkennen ist im vergleich zu den ersten spielen dieser rückrunde überragend gegen frankfurt super in stuttgart solide gegen st pauli davon ist heute wenig zu sehen christian nährlinger der einzige indianer im team der bayern einer der kämpft der fightet immer wir nur in die mannschaft rein will und die bayern haben gemerkt sie haben zu viele stars zu viel kreative leute nicht umsonst holt man den münchens nicht umsonst sagt man nach der freund aus dortmund der würde auch gut rein passen das spiel oliver kahn völlig konsterniert hier der mann der 89 mit 18 jahren für die bayern ein europakatsspiel in glasgow gemacht hat ohne bundesliga einsatz bis dahin als aumann verletzt war auf den kann sich otto rehagel verlassen aber was ist mit den abwehrleuten lotta matthews fehlt hinten die ordnende hand er ist in der kabine geblieben und jetzt spielen sie manchmal in einer 1 zu 1 situation gegen winkler gegen novak und gegen doofe da wird es ganz schön gefährlich christian ziege hat ein tor versprochen in diesem derby im letzten war er erfolgreich 2 0 damals für die bayern als die 60er auch gut mitspielten die bayern cool lässig auf ihre chance warteten und dann zweimal sehr schnell reagierten zunächst durch ziege und später dann noch durch zickler durch wie war das durch nach einem einwurf von zickler wird heilfroh sein dass sich alles noch im rahmen hält jetzt vom ergebnis her und auch von den spielanteilen fände zunächst hat er sich wahrscheinlich fast ein wenig geschämt für seine truppe die so großartig begonnen hat nach der winterpause mit drei siegen aus mit und wenn man den erfolg gegen glattbach im dezember noch dazu nimmt dann vier erfolge hintereinander plötzlich ein einstelliger tabellenplatz aber mani schwabel hat mir am donnerstag im training schon gesagt bei uns läuft es zu gut da gibt es keine reibungseffekte im moment das ist mir unheimlich und heute hat man gesehen was draus werden der ball war weg und der schiedsrichter geht ganz langsam das hat nichts gutes zu bedeuten da überlegt er noch der versicherungsfachmann aus essen was machen wir denn da aber es kann meiner ansicht nach doch eigentlich nur gelb sein oder wenn überhaupt da war nämlich ein hartspiel zu sehen haben sie das gesehen unsere spiegelkamera hat gezeigt das fall kam dann auch aber eigentlich ein hartspiel von cerny hätte der linie richter eigentlich sehen müssen dann ist beim präsidenten bei franz beckenbauer da müssen wir gleich rüberschalten franz beckenbauer tolles spiel der bayern in der ersten halbzeit als sie kam stand es glaube ich sogar schon 2 0 stimmt die kam ein bisschen zu spät ja hat sie die erste halbzeit begeistert mit einschränkungen eine halbe stunde mit sicherheit und dann nach dem 4 0 da haben die bayern ein bisschen nachgelassen da kamen die 60er besser ins spiel haben daran durch einen abwehrfehler sind sie dann zum anschlusstor gekommen jetzt in der zweiten halbzeit steht es 4 2 das spiel ist noch lange nicht gewonnen in die 60er spielt jetzt besser 60er spielen besser aber die bayern haben auch hinten mehr probleme liegt vielleicht auch daran dass luther matthäus nicht mehr dabei ist naja gut sicherlich auf der anderen seite ich meine das ist jetzt ein spiel 10 gegen 10 da gibt es keine keine ausreden normalerweise wenn man 4 0 führt dann muss man den gegner einfach ganz anders beherrschen und das tun wir nicht franz die der aufreger des nachmittags der platzverweis für boden und kahn wie haben sie das gesehen von hier oben ich hab das ich hab gesehen dass oliver kann den ball gefangen hat gut man muss vielleicht die die fernsehbilder muss man sich noch mal anschauen aber das geht ja alles so schnell ich habe gesehen dass der oliver kann den ball gefangen hat wenn dann ein paar gehackt haben dann war das der christian ziegel und der olav botten also oliver kann da habe ich überhaupt keine weder im fall noch eine tätlichkeit gesehen ein diplomatischer kaiser vielen dank aber tom du hast es auch gemerkt und sie liebe zuschauer wenn sie fans beckenbauer kennen sicher auch es brodelt wieder ein wenig in ihm die mundwinkel nach unten gezogen sowie er formuliert da weiß ich schon das verheißt eigentlich nichts gutes er ist nicht zufrieden mit seiner mannschaft und die löwen haben gewechselt der trainer hat daniel borimirov gebracht daniel düsen trieb wie man ihn nennt die mannschaftskreis den bulgaren für daniel für peternowak der heute alles in allem nicht so gut zurecht gekommen ist wie geplant borimirov auch ein technisch guter spieler tor gefährlich hat schon fünf tore gemacht und werner loren sagt sich natürlich mit frischen kräften kann ich da vielleicht noch mal ein zeichen setzen wir werden sie es erleben zusammen er lässt sich auf jeden fall zunächst mal das hat auch verdient ein das ist martina rummenigge die frau des vizepräsidenten ja gut gespielt von jedem ist da ist wieder doof ist sehr belebend der frühere rostocker jederzeit gefährlich wenn er von der linken seite die bälle nach innen bringt trares auf doof wieder strunz ist nicht zu sehen und nährlinge hat jetzt ausgeholfen also das ist eine chance noch für die letzten 15 minuten aus sicht der löwen mit dem frischen mann der ja vor einsatzfreude sprüht das muss man sagen ein guter wechsel scholl war wenig zu sehen von schwabel hat schon geld es wird gefährlich für ihn der schiri weiß es der manni der urigste aller bayern die ich kenne man kann ihn kaum verstehen wenn man des bayerischen nicht mächtig ist aber ein hervorragender spieler und die bayern mit helmer da hat sich eigentlich der jeremis ein bisschen verschätzt und deshalb gab es auch diese gefährliche situation für die 60er die wenn man das bremer spiel am nächsten wochenende noch mit dazu nimmt von den letzten sechs begegnungen fünf vier im heimischen münchner olympiastadion bestritten haben eine auch nicht uninteressante konstellation weil ja dieses heutige lokal derby gegen die bayern ein auswärtsspiel aber sie haben ihre chancen so weit genutzt heute gibt es möglicherweise doch einen rückschlag denn die bayern für nach wie vor mit 4 zu 2 und das ist auch nicht so selbstbewusst wie man sich erhofft hat nach fehlern gleich zu beginn also versucht man es lieber über die linke seite schwabel bleibt zurück sichert ein wenig ab nach hinten das ist ein teufel dieser jeremis dem darf man nicht trauen plötzlich ist er da schießt links wie rechts und otto weiß es muss was passieren da hinten super szene mit beiden wieder auch mit sven scheuer da kommt der kapitän zurück um klar zu machen männer es wird weiter gefeiert wir wollen den sieg nicht gefährden auch dabei aber wir sehen es noch einmal der ball von dove und hier kommt die mir auf er ist fast passiert fast das vier zu drei mein gott und das zehn minuten vor spielende nicht zu glauben die 60er waren mausetot ganz kleine zwerglöwen waren das nach 20 minuten aber diese mannschaft ist natürlich mittlerweile aus einem holz geschnitzt nicht mehr zu vergleichen mit anderen 60er mannschaften da wird gekämpft da wird gefeiert das sind charakterstarke spieler mit drin und die bayern sind ihnen entgegen gekommen das ist gar keine frage geschnitte diese wir gasp ist das ausgestützt von schwabel aber sie merken schon wo es brennt ist der schwabel ich möchte wissen wie viele kilometer herunter geradelt hat werner lorand und otto rehagel einiges gemein kommen aus der gleichen ecke aus dem westen waren kampfstarke abwehrspieler haben ein gutes näschen für neue spieler vor ihm hier auf wollte den ball der einsatz sehr sehr harter einsatz von matthias hamann gegen scholl dem sie ein bisschen den zahn gezogen haben achtung es gibt eine karte borimirov geht ihm an die brust das hat der schiedsrichter gar nicht gern gelb er saß gerade nach fünf gelben eine sperre ab aber das gehört zu seinem spiel der ist giftig der ist robust und auch ein guter fußballer ein wichtiger mann für die sechziger ja ich wollte gerade sagen dieser mann alexander zickler der zwei herrliche tore erzielt hat genauso wie jürgen klinsmann von ihm und von seinem sturm partner war einer zweiten halbzeit nicht mehr viel zu sehen das wird die beiden ärgern denn den guten eindruck der ersten halbzeit der ist weg aber auch er ist einer der natürlich aus jeder situation seinen nutzen ziehen kann jürgen klinsmann setzt sich ab von schwabel von dem spiel in der ersten halbzeit aber in der zweiten hat er keinen ball gesehen viel zu wenig zumindest für seine verhältnisse er braucht einfach bälle er muss gefüttert werden die löwen sind jetzt sehr offen hinten die hat nur schwabel und auf der rechten seite greilich jetzt ist noch mal ein toller schlagabtausch ja ich habe gesagt daniel düsentrieb 100 meter in 11,2 laufen der bulgare und wenn man seinen namen sozusagen ins deutsche übersetzen würde dann heißt er eigentlich der kämpfende das geht ihm aber im prinzip ein bisschen ab er ist mehr so der elegante der techniker das neue tante matthäus und rehagel stecken die köpfe auf zusammen und versuchen jetzt von außen klar zu machen es sind noch fünf minuten nährlinger erst und zwar das wäre dann doch zu frech ein beinschuss hier aber der doofe hat fast keinen fehler gemacht jetzt kommt und jetzt kommt trares gegen stuttgart hat er ein tor gemacht genau aus dieser position heraus bernhard winkler herzog der orf das österreichische fernsehen hat ein team hier abgestellt nach münchen um die ersatz bänke sozusagen ein bisschen unter die lupe zu nehmen man rechnete auch damit dass tscherni nur draußen sitzen würde herzog sowieso also jetzt kriegt man auch noch ein bisschen stoff vom grünen rasen her der anderler kommt noch der herzog ein taktischer wechsel wohl von otto rehagel wie man so schön sagt und vielleicht auch noch ein bisschen zeit zu gewinnen das wird den österreichischen nationalspieler gar nicht freuen jetzt ist schon so weit gekommen absatz dirk margenberg hat aufgepasst und hier ist herzog scholl geht von scholl haben wir alle mehr erwartet von einem spieler seiner qualität erwartet man immer das optimum aber er war kaum zu erkennen heute man hat ihn schon ein bisschen gesehen so ist es nicht aber das ist ein mann der tore schießt der tore vorbereitet der akzente setzt aber der jeremis er hat ihn zugedeckt im verbund mit schwabel wieder absatz und hier ist er auch ein bisschen aber die 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 position kommen will er lächelt er weiß es ja der superkopfballtor gemacht hier das hat nochmal hoffnung gebracht zum 4 zu 2 die löwen haben in der zweiten halbzeit das muss man frank und frei sagen das spiel bestimmt waren läuferisch stärker waren einsatzfreudiger hatten auch mehr chancen denken sie noch an den pfostenschuss von borimirov und es hätte noch mal eng werden können also respekt den löwen die dafür gesorgt hat dass diese zweite halbzeit noch mal interessant geworden ist aber sie haben sich und jetzt klinsmann mit seiner einzigen echten torschance in der zweiten halbzeit ja aber sie haben sich habe ich gesagt die löwen nicht unterkriegen lassen in der zweiten hälfte haben ihr spiel weiter versucht zu machen war zwar ein bisschen deprimiert nach den schnellen vier toren aber dann muss man schon sagen haben sie wieder land gesehen haben ein tor gemacht ein zweites waren dem dritten sehr nahe und haben sich dann in der zweiten halbzeit alles in allem ganz gut verkauft dennoch das muss man sagen so darf man sich nicht einseifen lassen wie die löwen in den ersten 20 minuten das war schon dramatisch also alles in allem man lernt nicht aus erste niederlage nach vier siegen hintereinander für die sechziger und die bayern ganz vorne gewinnen vier zu zwei das vierte derby hintereinander und er wird vielleicht auskunft geben müssen denn die zwei platzverweise in der 43 minute die werden für gesprächsstoff sorgen das garantiere ich ihnen liebe zuschauer ich danke ihnen sehr herzlich dass sie mit dabei waren und ich bin sicher sie hatten und haben es nicht bereut und wir werden jetzt nach wie vor in den nächsten minuten für sie sie